Schwertkampfkunst im ungarischen Nieu. Was hier aussieht wie ein spektakulärer Ritterkampf aus den Zeiten der Kreuzritter, ist lediglich ein harter Sport, den sich zahlreiche Schwertbegeisterte in Ungarn angeschlossen haben. Wir sind ein hungarisch-baser, historischer und europäischer Martial Arts Team. Das bedeutet für die Martial Arts der medievalen und renaissanceischen Europäischen Union. Vielleicht nach dem Zeitpunkt, vielleicht in der early Neu-Age oder so. Aber das bedeutet für die medievalen und renaissance-Zeit. Hier kämpfen wir mit langen Spuren. Diese sind große, große Spuren, nicht zu groß. Ich muss euch sagen, dass es in der Front ist. Das ist das, was wir hier machen. Wir trainieren für Sport, nicht für Reenaktion. mit traditionellen Schwertern zu kämpfen. Es ist ein Sport. Es ist absolut ein Sport. Nichts anderes. Wir haben einige Elemente in unserer Gruppe, einige Leute, die Reenaktion machen wollen. Wir haben hier in Dürr, in St. Lars Lonnapok, das ist im Sommer. Wir sind immer dort, in temporäre Kostümer. Die Tradition dieses Schwertkampfes, oder besser gesagt, diese Sportart, kommt übrigens aus Deutschland. Das ist eine deutsche Tradition. Wir machen die deutsche Tradition. Es gibt italienische, aber wir preferieren diesen. Es ist besser für uns, denke ich. Wir müssen auf ein sehr viel Protektiv-Ger. Helmets, Fencing Jackets, Elbe-Protektion, ein paar Glocke. Sehr hartes Glocke, weil die Hände auf der Hand sind ziemlich schwer. Man kann ein paar Sägerungen haben, wenn man nicht so gut ist. Aber wir haben Protektiv-Equipment für das. Wir benutzen sicherliche Training-Wappen, die aus Stil sind, nicht aus irgendwelchen Materialien. Es ist eine traditionelle Training-Wappen, die auch in der Renaissance und der Mittel-Age benutzt wurden. Was man im Kino oder im TV sieht, ist nur Show. Hier beschäftigt man sich mit richtigem Sport. Was man auf der TV sieht, ist Show. Es muss ein Show sein. Denn was man hier sieht, ist es Spaß zu sehen. Wir haben ca. 15 Menschen. Aber in unserer Gruppe haben wir ca. 60. Wir haben eine Gruppe in Levkomarum, in Slovakia. Und wir haben eine andere Gruppe in Budapest. Das ist der größte von diesen drei. Bevor es zum richtigen Kampf geht, müssen unbedingt zahlreiche Schutzmechanismen eingehalten werden. Denn ganz ungefährlich ist dieser Sport nicht. Kein Größe, Vielen Dank.